Das ist Herr Ulrich. Er ist Produktmanager bei einem exportorientierten Unternehmen. Da sein Unternehmen Produkte in die ganze Welt liefert, müsste er eigentlich mit den Gesetzen, Bestimmungen und Standards aller Länder vertraut sein. Das kann er natürlich nicht leisten. Muss er aber auch nicht. Denn dafür gibt es den Experten Roger Wilco. So möchte Herr Ulrich elektronische Temperatursensoren mit Funkübertragung in die USA verkaufen. Weiß aber nicht, welche gesetzlichen Anforderungen und Standards an das Teil geknüpft sind. Also lockt er sich in die Online-Plattform von Roger Wilco ein. Hier werden all seine Fragen beantwortet. Und zwar spezifisch, effizient und rechtsverbindlich. Auf Wunsch kann er sogar auf den Update-Service zurückgreifen, sollte sich etwas an den Produktanforderungen ändern. Mit Roger Wilco ist das Leben von Herrn Ulrich unendlich einfacher.